Wir sind hin zum Erfolg in unserem Business. Erst einmal dieser entspannenden Gang. Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist dieses Schmuckstück hier. Es heißt KUKAI. 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 Das kriegst du von mir verschieben. Es gibt zwei Schlüssel zum Erfolg in unserem Business. Erstmal. Zum Erfolg in dieser Branche ist dieses Schluchstück hier sein Gunker. Gunker. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die Danke für die